Dieser Videoclip stellt die verbesserte Rückmeldung zum Befehl Löschen und Ersetzen vor. Wenn Sie Attribute in Ihrem Modell löschen und oder ersetzen, listet das Dialogfenster jetzt die Anzahl der Elemente und oder Attribute mit fehlenden Attributen auf. Lassen Sie uns dies im Detail anschauen. Wenn Sie den Menübefehl Dokumentation, Ebenen, Ebenen, Modell aktivieren, erscheint der Dialog der Ebeneneinstellungen. Wenn Sie eine der Ebenen auswählen und rechts auf Löschen klicken, erscheint die Palette Löschen und Ersetzen. Hier haben Sie zwei Optionen, Elemente löschen bzw. Elemente bewegen auf. Wenn Sie den Knopf Elemente löschen wählen, werden alle Elemente dieser Ebene gelöscht. Wenn Sie den Knopf Elemente bewegen aufwählen, können Sie die Elemente der ausgewählten Ebene in eine andere, aus dem Pop-up ausgewählte Ebene bewegen. Nachdem Sie den Knopf Elemente löschen ausgewählt haben, wird die Schaltfläche Details im Dialog unten rechts aktiv. Klicken Sie darauf. Die Palette fehlende Attribute erscheint. Diese Liste zeigt die Anzahl der Elemente oder Attribute, die zu fehlenden Attributen werden. Lassen Sie uns ein anderes Beispiel anschauen. Wählen Sie den Menübefehl Optionen, Elementattribute, Schraffurtypen aus. Der Dialog Schraffurtypen erscheint. In der Liste wählen Sie Ziegel aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Die Palette Löschen und Ersetzen erscheint. Wenn Sie den Befehl Löschen und Ersetzen mit wählen, haben Sie die Möglichkeit, einen anderen Schraffurtyp zuzuweisen. Wenn Sie diesen Befehl wählen, werden alle Elemente, die den Schraffurtyp Ziegel enthalten, durch die ausgewählte Kalk-Sandstein-Schraffur ersetzt. Dieses Attribut wird zum Beispiel in mehrschichtigen Bauteilen, in Profilen oder in Favoriten ersetzt. Wenn Sie den Befehl Löschen auswählen und auf die Schaltfläche Details klicken, bekommen Sie eine Rückmeldung mit der Liste der verschiedenen Typen, die die Anzahl der Elemente oder Attribute zeigt, die zu fehlenden Attributen werden.